Kann es sich eine Stadt wie Köln, die sich als Weltstadt sieht, kann sich so eine Stadt erlauben, jene Schauplätze, welche den internationalen Kulturaustausch praktizieren, fördern und vorleben, diese zu schließen und somit Künstlern aus der ganzen Welt, Atelierplätze, Proberäume, Konzertsäle, Ausstellungshallen wegzunehmen? Die Kölperle bietet so eine Plattform für die unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen. Sie ist eine nicht-kommerzielle Wohn- und Begegnungsstätte und bietet auch die Möglichkeit eines Gastateliers für Künstler aus dem Ausland. Die Stadt sollte sich glücklich schätzen, so etwas wie die Kölperle vorweisen zu können. Für sich gibt es in der Stadt einen internationalen Flair in Sachen Subkultur. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier.